Oh, muss das jemand umhören? Ist jemand dafür zuständig? Hallo ihr Lieben, heute bin ich mal mit Malwanne, Vanessa. Sie macht immer so einen Tanz, wenn man sie introduced. In ihrer Küche und falls ihr euch jetzt fragt, was das hier zu bedeuten hat, wir machen heute Turtles Pizza. Die Teenage Mutant Ninja Turtles Pizza. Denn wir wollen wissen, wie es schmeckt. Nee, wie schmeckt. Format klauen und dann nicht den Namen können, ne? Hammer. Wir machen weiter. Was sagt der Director? Ja, ist gut. Nehmen wir. Okay. Wenden wir haben beide in die falsche Richtung geguckt und haben gerade so getan. Ja, ich gucke da hin, du so. So, Teig haben wir schon gemacht, das gibt es auf meinem Kanal. Und jetzt geht es an die Tomatensauce. Und eine Turtles Pizza wäre ja keine Turtles Pizza, wenn sie nicht abgespacede Zutaten hätte. Was machen wir? Popcorn Pizza und Marshmallow Pepperoni Pizza. Klingt mega weird. Ja, ich hoffe, das schmeckt. Ich glaube, die Popcorn Pizza wird... Ja, ich glaube, meine wird geiler, aber ist okay. Ihr könnt ja mal abstimmen. Was wir für die Soße brauchen, ist Tomaten, aber geschält und gehackt mit Tomatensaft. Knoblauch und Zwiebeln. Ich schreibe auch alles in die Infobox, okay? Chiliflocken. Butter. Oregano. Basilikum. Olivenöl. Salz. Ganz unerwartet. Zucker. Alles klar, wir fangen an mit der Zwiebel und der Knoblauch. Zähne. Wir brauchen zwei Zähne. Also, was möchtest du lieber schneiden? Knoblauch. Echt? Ja. Ich hasse Zwiebel. Okay. Wer hat hier einen Koch-Channel? Du oder ich? Ich wollte gerade sagen, was machst du da mit der Knoblauchzehe? So kann man die Haut besser abmachen, wie man gerade sieht. Aber es riecht voll gut. Oh, es geht schon los. Echt? Jetzt schon? Cry me a rhythm. Okay, wir schneiden jetzt ganz schnell die Zwiebeln. Dann vergessen die Augen nämlich, dass sie weinen müssen. Also, die kommen nicht so schnell hinterher. Dann haben die schneller hinter uns. Okay. Ich bin fertig. Was? Ich muss die kleiner schneiden. Du musst die kleiner schneiden. Ich mache es auf eine Pizza. Das war das gerade für eine Logik. Ich bin fertig. Oh, du hast gerade das Messen an der Hand. Wie praktisch. Und schneid doch auch gleich mal die Zwiebel. Hahaha. Super. Wir brauchen natürlich auch einen Topf, in dem wir ein Esslöffel Öl reinpacken. Okay. Das machen wir jetzt so mit Augenmaß. So wie immer. Ganz wichtig, auch immer in die Schüssel pusten. Sonst schmeckt es nicht. Ich erhitze schon mal den Topf, damit wir gleich die Zwiebeln und das Knoblauch reinmachen können und das Föhn anröstet und es dieses gute Röst-Arömer kriegt. Arömer. Können wir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr öfter wollt, dass ich koche. Ah, das ist so abbruch. Nein. Ja, weil dann machen wir immer so Kollaborations-Koch-Videos. Und dann gehen wir so wie Silly's Tortenberg auf Messen und verkaufen unsere Produkte. Weil das jetzt gerade auch so super funktioniert. Silly's Tortenberg ist auch Tortenberg, du kannst auch kochen. Das wird sein. Warum mache ich das hier eigentlich? Aber du nimmst mir die Angst vorm Heiraten. Ich dachte, man muss, wenn man verheiratet ist, glauben können. Ja, ich muss mal heulen. Du weißt schon, dass du mich gerade disst, oder? Ah, meine Augen. Ja, es tut mir leid. Du machst es so gut, dass ich hier so schnippe, schnippe. Dann machen wir das mit deinen Augen los. Nichts, ich so. Was nicht? Zwiebel, kein Ding. Ich bin schon tot innen drin, deswegen ist es so... Ich könnte jetzt das Messer auch reinrammen. Nein, meine Nase ist so groß, da ist ein Filter drin. So, wir haben jetzt hier alles ganz schön klein geschnitten. Oh, meine ganze Wohnung wird nach Zwiebeln riechen. Das sagen alle, wenn ich sie besucht habe. Jetzt kommen die Zwiebeln und das Knoblauch. Aber bitte mit der nicht scharfen Seite ab... Sorry. Ich habe halt immer nur so stumpf im Messer, ich bin das nicht gewohnt. Darin mixen wir jetzt unseren Rest zusammen. Also die Tomaten. Ja. Die Dose Tomaten kommt jetzt in das Behälte-Nies. Oh, muss das jemand umruhen? Ist jemand dafür zuständig? Vielleicht von euch jemand? Kann jemand mal kurz umruhen? Also, jetzt brauchen wir unsere Tomaten. Ups. Und die füllen wir in unseres Gefäß rein. Mmh. Ihr könnt ganze Tomaten geschälte kaufen, also in Dosen. Oder ihr kauft schon die gehackten, dann spart ihr euch dieses Hackprozess. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass wir so Tomatenstückchen haben, weil das ist so Original New York Pizza-Soße. Ja. Dass da so ein bisschen noch Stückchen drin sind. Sagst du auch so? Ja. Und das schreibst du? Definitiv. Zu 100%. 100 Emoji. Zu unserer Tomaten. Mischung. Kommt jetzt ein Esslöffel Butter. Eigentlich, wenn man angeben will, muss man eigentlich immer nur Zwiebeln und Knoblauch anbraten. Und deine Nachbarn werden denken, boah, das schmeckt so lecker bei denen immer. Oder man hat so ein Aromaöl, dass man einfach so... So eine tolle Hausfrau. Dann brauchen wir noch ein... Hä? Haben wir jetzt einfach geswitcht? Ja. Jetzt bin ich hier. Vorhin stand ich da. Oregano. 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 Oh. Oh, wow. Ich sag immer Oregano. Das ist aber safe falsch. Das wird sicher Oregano heißen. Oregano? Meinst du? Wie seid ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen einen Teelöffel Oregano. Oregano. Wir haben keine Ahnung. Wir brauchen einen Teelöffel davon. Rein? Rein. Salz. Wie viel? Ja, mach einfach so. Ja, ein bisschen mehr. So? Ja. Jetzt kommt noch ein Teelöffel Zucker. Uh. Kannst da reingreifen. Bam. Jetzt kommt es darauf an, wie scharf du das haben möchtest. Nicht so viel. Eine Prise Chiliflocken. Und davon nehmen wir nicht so viel. Also die Turfels können, glaube ich, viel ab, aber ich nicht. Und jetzt mixen wir das alles zusammen. You say it, girl. Hast du sicher, dass das eine gute Idee war? Ja. Nachdem wir das ja alles zusammen gemischt haben, kommt das in den Topf zu den Zwiebeln und zum Knoblauch. Mixen nicht vergessen. Edda. Wie, was für mixen? Was soll ich mixen jetzt? Nur was soll ich mixen. Achso, okay. Ich frühe jetzt um. Und erhitzen. Das könnt ihr nicht sehen, aber ich frühe jetzt um. Edda, wir haben das Wichtigste vergessen. Was denn? So, wir haben jetzt die original New Yorker Tomatensauce erhitzt im Topf und eben alles zusammengetan. Und jetzt macht sie, ja, Basilikumblätter drauf. Das musst du. Und dann müssen wir es noch runterrühren. Oh, aber das riecht ganz ehrlich. Basilikum ist so, so ein geiler Guck. Ich hole jetzt den Teig. Ja, hole den Teig. Eigentlich fängt das Spannende jetzt an. Das ist nämlich so ein richtiger, amerikanischer, fetter, geiler Teig. Ich glaube, man sollte den inneren Teil ein bisschen runterdrücken, damit der Rand ein bisschen raussteht. Ah, okay. Damit die Tomatensauce auch so richtig schön in der Kuhle liegen bleibt. So. Wow, girl. Bin ein Profi. Wie ist denn der Intro-Song von Teenage Mut und Kinder Turtles? Hey, jetzt kommen die... Ich kann nicht sehen, weil dann kommt die GEMA, weißt du, ich kann es so gut singen. Ich mache jetzt die Soße hier einmal rauf. Ne, schön verteilen. Oh, das sieht so gut aus. Das sieht wirklich, also jetzt mal ohne Spaß. Also die meisten werden sich jetzt denken, ja, aber da ist eigentlich nie Tomatensauce zu sehen. Aber die knallen immer so viel Käse rauf, dass der... Das sieht eigentlich komplett... Eigentlich sieht das immer weiß aus bei denen. Aber da ist... Da kommt Tomatensauce rauf. Das ist hier original. Wir haben recherchiert und so funktioniert das. In einer Szene sieht man nämlich die Pizza so seitlich und dann sieht man sogar ganz bisschen rot. Ja. Da die ja in New York wohnen, wird das original New Yorker Tomatensauce sein. Voll. Also machen wir jetzt so viel Käse drauf, dass man die Tomatensauce... Nicht zieht. Nicht zieht. Bitteschön. And now, let the cheese party begin. Begin. Okay. Wow. Ne, man darf es ja nicht sehen. Ja, und nicht über den Rand machen, ne? Weil die hat einen sehr cleanen Rand. Nein, nein. Nein, nein. Wir wollen uns ja nach den Vorgaben halten. Du musst dich an eine gezeichnete Pizza halten. Vor allem haben die wahrscheinlich random auch einfach irgendwas zusammengezeichnet, was gut aussieht und es schmeckt wahrscheinlich gar nicht. Aber ich weiß es noch. Aber so viel Käse, ne? Und auch immer diese Kombis mit Erdnuss. Vielleicht müssen wir auch nochmal die anderen Pizzen ausprobieren. Könnt ihr in die Kommentare schreiben? Einfach alle Pizzen, die es bei Turtles gab. So viele verschiedene Sorten. Und sie haben die Schokopizza erfunden. Ja, im Prinzip also, Restaurante, da hat sich jemand inspirieren lassen. Backofen vorheizen. Auf wie viel? 180 Umluft. Warum ist das? Mach mal kurz nicht mein... 180? Ja. So, was brauchen wir jetzt? Du brauchst was anderes als ich. Oh ja, ich bin durch. Bei mir kommt erst nach dem Ofen wieder was rauf. Da meine Pizza eine Peperoni-Marshmallow-Pizza wird, brauchen wir Peperoni-Salami. Weil in Amerika sagt man Peperoni, aber meint eigentlich Salami. Also Peperoni-Salami. Ich habe hier eine vegane Edition, aber die müssen wir ausstanzen, weil es muss genauso aussehen wie bei den Turtles. Wir wollen so kleine Stücke. Und das machen wir jetzt. Einmal hier so hin, vier Stück raus, ne? Jetzt kriege ich es nicht raus. Oh, okay. Das sind Salami-Plätzchen. Schaut euch das an. Das kommt halt immer noch nicht. Okay. Die kommen jetzt in den Ofen bei? 180 Grad. Wie lange? Bis der Käse geschmolzen ist und der Teig durch. Ungefähr 15 Minuten. Okay. Wir haben jetzt die Pizzen rausgeholt und jetzt wird es eigentlich erst spannend. Denn bei dir kommt Popcorn rauf. Ich bin echt, ich bin ein bisschen nervös. Und bei mir kommen noch Marshmallows rauf. Meinst du, das schmeckt? Das wird schmecken. So, wir garnieren mal. Oh mein. Das sieht voll gut aus. Ich habe voll die Instagram-Pizza. Ja. Jetzt werden die bestimmt auch noch weich. So, ich mache jetzt einfach mal das Popcorn drauf, ne? Aber das muss schon, ne? Nicht hier. Ein bisschen reindrücken. In den warmen Käse rein. Wow. Wow. So, das sind unsere fertigen Pizzen. Marshmallow, Pepperoni und du hast Popcorn. Popcorn. Okay, eigentlich kommt jetzt das Wichtigste, nämlich wie schmeckt es? Boah, das sieht voll gut aus. Dadurch, dass es jetzt auch so geschmolzen ist. Wie ist es wirklich? Aber ich weiß auch nicht, ob Turtles halt auch nicht eigentlich nur nach dem Aussehen geht. Schau dir an, wie dick die geworden ist. Oh ja, so eine richtige American Pizza, oder? Ja. Oh mein Gott. Seht ihr diesen Käse? Oder ist das Marshmallow? Ich weiß nicht genau, es ist halt alles irgendwie sehr weich geworden. Sind wir bereit? Ja. Ich nicht. Denn nun stellen wir uns die allerwichtigste Frage. Oh, das ist wirklich, das ist kein Käse, das ist Marshmallow. Wie schmeckt's? Okay, guten Appetit. Ich hab richtig Angst. Cheers. Das schmeckt so gut. Die denken alle, ich bin bescheuert. Das schmeckt so gut. Deine? Mhm. Weil, dadurch, dass es nicht nur süß, also, das ist so... Nein, es schmeckt wirklich ernsthaft. Probier mal. Ja, du musst aber auch eine Popcornpizza probieren. Ey, aber wirklich... Was war denn bei dir? Ja, das... Dieses Marshmallow... Guckt euch dieses Marshmallow... Also, ich sag mal so, es ist ein bisschen kompliziert zu essen. Mhm. Mhm. Ja. Ich finde meine besser. Deine schmeckt echt gut. Die schmeckt richtig gut, Leute. Ich weiß ja, so ein Erdbeer-süßes... Ja. Die sollten ja auch extra Rosane nehmen. Und es macht Sinn, es schmeckt richtig gut. Ich finde aber meine Popcorn besser. Echt? Mhm. Ich finde meine besser, ist doch perfekt. So, das war's jetzt erstmal. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, müsst ihr bei Vanessa vorbeischauen, weil sonst habt ihr ja nur die Zutaten, die da drauf kommen. Aber wir brauchen ja den Pizzateig. Der super lecker ist. Der ist wirklich gut. Da müsst ihr einfach in die Infobox gucken oder ich markiere es hier so. Mhm. Und ansonsten könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr noch mehr Turtles-Pizza-Kombinationen sehen wollt. Dann können wir das gerne für euch machen. Vor allem wir. Direkt wir. Klar. Wir machen das einfach zusammen. Klar. Und wir brauchen ein Code-Emoji, damit ich weiß, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und wir nehmen... Die Pizza. Ich möchte ganz viele kleine Pizzastücke sehen, damit ich weiß, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich dachte gerade, dass du bei Code-Emoji meinst. Den Code-Emoji. Den Scheißhaufen. Nein. Und wir brauchen... Bitte keine Scheißhaufen. Abbruch, Leute. Nein. Nein. Veidigung. Beide.